5, 6 oder 7 5, 6 oder 7 Eines Morgens ging Nasruddin mit seinen 6 Eseln zum Markt. Nach einer Weile wurde er müde und setzte sich auf einen von ihnen. Nasruddin zählte die Esel. Es waren 5. Also stieg er ab und suchte nach dem 6. Er suchte und suchte, aber er konnte ihn nicht finden. Er suchte und suchte ihn nicht. Und er konnte ihn nicht finden. Nasruddin kehrte zu den Eseln zurück und zählte sie erneut. Diesmal waren es 6. Also setzte er sich wieder auf einen von ihnen. Und sie gingen weiter. Einige Minuten später zählte Nasruddin die Esel erneut. Und wieder waren es nur 5. Während er immer wieder zählte, kam ein Freund vorbei. Nasruddin sagte ihm. Ich habe mit 6 Eseln das Haus verlassen. Dann waren es 5. Dann wieder 6. Und jetzt habe ich nur noch 5. Schau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber Nasruddin sagte der Freund, du sitzt doch auf einem der Esel. Dieser ist der 6. Dieser ist der 6. Und du bist der 7. Und du bist der 7. Was hat Nasruddin eines morgens getan? Wie viele Esel waren bei ihm? Was ist nach einer Weile passiert? Was hat Nasruddin als nächstes getan? Was hat Nasruddin als nächstes getan? Wie viele Esel hat er gezählt? Was hat Nasruddin als nächstes getan? Hat er den Esel gefunden? Wie viele Esel waren diesmal bei ihm? Was geschah als nächstes? Was machte Nasruddin einige Minuten später? Wie viele Esel hat er diesmal gezählt? Wer kam vorbei? Was hat Nasruddin ihm gesagt? Was hat sein Freund geantwortet? Was hat er gesagt? Was hat er denn? 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 Was hat er denn?